Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zu CastleStory. Ja, wir sind noch bei der großen Auffüllaktion. Wie sieht's hier aus? Ah, ihr füllt das hier auf, aber das füllt grad niemand auf, weil wir niemanden haben, der das aufbüllt. Weil wir niemanden zugewiesen haben. Also ändern wir das mal kurz. Und cool, ich merk grade, wenn wir den einen Baumstamm da noch gehackt haben, der da rumliegt, haben wir genau sechs Holz, sechs Holz. Ja. Ja, hier wird wieder eine richtige Sauerei angerichtet. Das sollten wir gleich mal ein bisschen aufräumen. Okay, die laufen ganz komische Wege teilweise und das leckt mal wieder ein bisschen. Und ja, jetzt holen sie sich von hier hinten Steine. Ach, das ist gut, da die letzte Kiste wird grade geleert. Und ja, hier ist es schon mal schön eben. Alles auf derselben Höhe. Aha. Also ja, wir haben noch ein gutes Stück. Oh, das ist praktisch. Wenn ihr es so macht, dann kann ich nämlich so länger ziehen. Hehe. Und du dürftest wieder was zu tun haben. Komm, hopp. Ja, und nachher werdet ihr dann halt hier rüber verschoben, dass ihr das Stück auffüllen könnt. Ja, hier hinten muss dann noch aufgebildet werden. Hm. Kriegen wir auch noch hin. Aber ja, ist schon mal gut zu sehen. Auch von der Seite hier, dass wir langsam unseren Status Quo erreichen. Ist ja wirklich eine riesige Aufgabe, so eine Insel komplett flach zu machen. Wir machen ja nicht mal die komplette Insel frach, sondern nur einen Teil davon. Und ja, wenn wir das mal geschafft haben, können wir das Ganze als Vorlage speichern. Ich will vielleicht eventuell noch andere Bauprojekte später. Ja. Hier haben wir auch schon knapp die Hälfte. gefüllt. Aber wir haben da noch ein Stückchen. Hauptproblem ist halt, wenn die Steine alle gehen. muss ich irgendwann mal wieder ein... Also... Ja, wieder sieben, acht, die... Ver... Worte. Wenn man sie sagen will, fallen sie mal nicht ein. Die Verteilung so umändert, dass acht im Quarry arbeiten und nur sieben beim Flat... Die hauen sich gegenseitig die Böden weg. Die hauen sich gegenseitig die Böden weg. Wie? Wie? Wie haben die das geschafft? Wie? Wie haben die das geschafft? Wie? Und hier? Ja... Das sieht crazy aus. Wird echt crazy aus. über seine bricht von so aus den augen lässt dann waren die crazy stuff auch ihr seid fertig hier das gut jetzt solltet ihr beide wieder los rennen genau ich glaube einen von euch beiden verschiebe ich dann rüber zum wowee weil sobald ihr das aufgefüllt habt reicht einer um die restlichen vier aufzufüllen die 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 äh achso du hast auch das fett unter dir aufgefüllt gut Das ist nicht das, was ich wollte eigentlich. Und das geht so nicht. Achso, geht das aber. Weil ich auf die Höhe. Bitte. So, nur das. Da müssen wir halt mal ein bisschen übertreiben. So, geh auffüllen. So, geh auffüllen. So, geh auffüllen. So, geh auffüllen. So, da kommt er. Für die zwei, da darf er die zwei füllen. Ah, nicht so hoch. So, das reicht. Und dann müssen wir gucken, dass er das hier füllt. Und wir kriegen schon wieder... Wieder sehr komische Werte hier. So, das ist besser. So. So, das ist besser. So. 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 Hm. Nein, keine gute Idee. So machen wir das. Gut. Dann können die jetzt hier fröhlich füllen. Das ist doch nicht euer Ernst. Dann gehen wir da unten Steine einsammeln. So. Viel viel besser. Und Naseaugen. Taddeus. Spongebob. 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 Jetzt sieht es aus wie eine Note ungefähr. Ein bisschen Fantasie mit reinbringen. Weil die Wolken, hier sehen alle aus wie Wolken. Kann man sich nicht die Wolken angucken und sich fragen, wonach sie aussehen. Deswegen fragen wir uns, wonach die Kunstwerke der Brickthorce aussehen. Sollte die Kunstwerke der Brickthorce aussehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wollte gerade sagen, findest du lustig, dass... Nein, sie ignorieren diesen Spalt einfach. Sie führen lieber hier auf. Also ja, manchmal wüsste ich schon gerne in diesem Spiel, was die AI als Orientierungspunkt nimmt. Also ja, manchmal wüsste ich schon gerne in diesem Spiel. Also ja, manchmal wüsste ich schon gerne in diesem Spiel. Und du kannst jetzt hier mitarbeiten. Der Nächste genauso. Also, wenn er dann kommt, also May. Dann können wir nämlich großflächig wieder auffüllen. Ah, hab ich May verpasst? Ja. So, der Flat ist weg. Okay. Komm, gerade echt krumme Zahlen bei RUM hier. Ja, aber so ist es ja Tickfair wie ab, Alter. Das sieht jetzt fast aus wie ein Dauntless Ridecruiser aus Coffee Gamada. Jedenfalls aus dieser Perspektive. Hier oben mit den Türmchen. Hier vorne der Bug. Hinten die Triebwerke. Hier oben mit den Türmchen. Hier oben mit den Türmchen. is in der Türmchen. Und zwar mit den Türmchen.